Moin Leute, mit dem neunjährigen Jubiläum sind ja jetzt einige Events am Start und unter anderem auch ein Net5 Monster Beschwörungsevent, wo ich mal so ein bisschen für euch auf das ganze Thema Net5s, Net4s und 3 Sterne Monster, also die 3, 4 und 5 Sterne Monster eingehen möchte, welche man aus den Events vielleicht nehmen sollte und worauf ihr so achten solltet, bevor ihr überschwänglich irgendwelche Monster auswählt, dass ihr hier vielleicht noch ein bisschen Geduld erstmal noch habt und das aus mehreren Gründen und das erkläre ich euch heute in dem Video. Wenn ihr jetzt in dieses Net5 Beschwörungsevent reingeht, dann ist der erste Hinweis, den ich euch so geben möchte, vor allem hier ganz oben versteckt, den viele immer überlesen ist, dieses Event geht noch bis zum 11. Juni, 17 Uhr, das heißt es sind noch fast 60 Tage Zeit, wo ihr hier jegliche Entscheidungen noch treffen könnt, aber ihr solltet nichts überstürzen, aus mehreren Gründen. Wenn wir hier mal auf die 5 Sterne Region gucken, ist es völlig fein, wenn ihr hier erstmal alles aufdeckt und so weit wie möglich vorankommt, aber was auch zur Realität gehört ist, eine Entscheidung würde ich erst kurz vor Ende des Events treffen. Warum? Weil ihr jetzt ja aktuell noch andere Eventketten habt, die euch sehr viele Beschwörungsmöglichkeiten geben. Also unter anderem hier habt ihr ja diese ganzen 9 Jahre Jubiläumsrollen am Start, ihr habt hier legendäre Schriftrollen, die ihr bekommen könnt, LD-Rollen und hier noch zig andere Sachen, die ihr hier noch bekommen könnt, alles in Form von Schriftrollen und das solltet ihr erstmal alles durchspielen, öffnen und gucken, was da so rauskommt und dann euch vor allem Zeit lassen noch mit dem Event. Ich weiß, man will immer sofort seinen Wunschmonster oder irgendwas rausziehen. Ich habe auch schon bei uns aus dem Discord-Server, ja, dieser Duki hat auch einen Discord-Server, meine Mods werden mich dafür töten jetzt, aber ich habe auch schon bei uns auf dem Discord gelesen, dass Leute vielleicht hier direkt auf den ersten Monster, was sie beschworen haben, war direkt eine Tiana, das große Wunschmonster und naja, dann kommen gleich die ganzen Fragen bei uns immer in den Discord von wegen, na, wie sieht es denn aus, welches Monster soll ich nehmen, soll ich die schon nehmen? Und meine Mods predigen immer, wirklich die predigen immer, was auch total richtig ist aus meiner Sicht, dass ihr, ihr könnt hier alles erstmal aufdecken, aber entscheiden würde ich erst kurz vor Eventende, weil ihr bis dahin noch so viele Rollen öffnen werdet, durch regelmäßiges Farmen, durch die Eventketten, dass es durchaus sein kann, dass euer Top-Wunschsponsor Tiana einfach vielleicht aus den Rollen schon kommt und dann wollt ihr die Tiana vielleicht ein zweites Mal gar nicht haben. Ich meine, ja, es gibt auch die Möglichkeit, Tianas zweimal zu haben, ich habe auch zwei Tianas, aber das ist so, was man mit bedenken sollte und deswegen alles aufdecken, ja, eine Entscheidung sofort treffen, nein. Also das würde ich so mal ein bisschen mit, ja, mit hier an den vordersten Start mitbringen und wir gucken uns gleich nochmal an, welche NetFives ihr so wählen solltet, wenn ihr, oder wenn ihr die Auswahl habt, welche NetFives hier gut sind, gebe ich mal so ein paar allgemeine Tipps, die aber natürlich dann meistens auch sehr account-spezifisch sind. Vier-Sterne-Bereich. Im Vier-Sterne-Bereich ist es sogar noch ein bisschen verschärfter aus meiner Sicht, als es im NetFive-Bereich der Fall ist, was das Thema sich Zeit lassen angeht, aber hier habt ihr auch die Möglichkeit, viel schneller an Monster zu kommen, also hier ist so ein bisschen zwei Zwiegespalten. Warum solltet ihr hier, also ich würde sogar hier sogar noch ein bisschen extremer sagen, ich würde hier noch gar keine Beschwörung machen, solange ihr nicht noch eine Menge Zeit, also ihr habt ja noch eine Menge Zeit und ich würde hier tatsächlich erstmal alle Rollen, die ihr so habt, aufmachen und zwar nicht hier auf der Event-Page, sondern wirklich die Schriftrollen, die ihr über die ganzen Events bekommt, erstmal die alle öffnen und vielleicht bekommt ihr ja das ein oder andere Vier-Sterne-Wunschmonster, was ihr eigentlich hier vielleicht draus gewählt hättet, vielleicht bekommt ihr das über Schriftrollen und dann kann die Entscheidung hierfür eine ganz andere auf einmal sein, ja. Dann könnt ihr vielleicht sagen, okay, ich brauche jetzt gar keine Wassertwins mehr, weil ich habe die schon gezogen, dann gehe ich vielleicht eher für einen Onimusha in Feuer und wenn ihr dann vorher hier im Wasserelement schon übelst viele Beschwörungen gemacht habt und dann feststellt, ah Mist, wollte ich gar nicht, dann geht ihr lieber wieder ins Feuerelement. So habt ihr zumindest ein bisschen, so gerade dieser Tipp ist wahrscheinlich auch für die Casual-Spieler interessant, also für die Leute, die sowieso viel reinsuchten, ich glaube, man kann hier doch, glaube ich, so ziemlich jedes Monster aufdecken, meine ich, wenn man viel spielt und die ganzen Sachen zusammenfarmt, aber das ist halt so ein Tipp für die Casual-Spieler, die ab und zu mal reingucken, die nicht so viel Zeit in der SW haben. Seid hier vorsichtig, wenn ihr wirklich nicht so viel Zeit habt für SW, dass ihr dann vorher erstmal die ganzen Rollen öffnet und dann guckt, okay, jetzt gehe ich mal in den jeweiligen Element, wenn ich nichts rausgezogen habe. Wir gucken gleich auch nochmal auf die Vier-Sterne-Monster, welche man da vielleicht wählen sollte und im Drei-Sterne-LD-Bereich ist hier vor allem auch nochmal so ein bisschen analog zum Vier-Sterne-Bereich, aber ein bisschen abgeschwächter, weil die LDs zum einen, ihr habt nicht so viele LD-Rollen und zum anderen gibt es da auch nicht so viele tolle LD-Monster, aber die gucken wir uns jetzt gleich nochmal mit an. Was sollte man jetzt wählen? Also wenn ihr jetzt das verstanden habt, dass hier Zeit und sich Zeit lassen hier ein wichtiger Punkt ist, hoffe ich doch, dass ich die Botschaft jetzt rübergekriegt habe. Dann gehen wir jetzt mal in die Monster-Box rein und wir reden mal so ein bisschen darüber, was sollte man hier wählen? Denn im Feuer-Bereich gibt es, also ich würde jetzt am Anfang vor allem auf die Monster eingehen, die vor allem für Anfängerspieler relevant sind oder für wiederkehrende Spieler, weil alles andere, wenn ihr so im Mid- bis Late-Game unterwegs seid, dann kann es halt super spezifisch sein, je nachdem für welchen Spielbereich ihr euch entscheidet, was so euer Lieblingsspielbereich ist. Wenn ihr sagt, hey, ich mag die Belagerungskämpfe total sehr, dann ist das eine andere Entscheidung, als wenn ich zu euch sage, du bist halt RTA-Spieler oder du spielst halt sehr gerne einfach die Arena, dann kann das unterschiedliche Monster einfach sein. Ich würde jetzt versuchen, möglichst auf die PvE-Monster einzugehen, also auf die für die Early-Game-Spieler. Also vielleicht auch auf die Monster, die für Early-Game-Spieler sowohl für PvE als auch für PvP später noch gut sein können. Also dass sie euch einfach einen einfachen Start geben. Erstet Monster, wir gehen die mal chronologisch von unten durch hier. Erstet Monster, was ich ziemlich gut finde, was sowohl für PvE als auch für PvP gut sein kann. Dann ist Sairos, hat eine Attack-Lead-Overall, kann man durch seinen Feuer regen und durch seine zwei Flächen attacken, kann man ihn auch gerne mal auf ein Qualset packen und im Turm der Prüfungen spielen, geht auch. Oder man spielt ihn als klassischen Damage-Dealer oder als zweiten Damage-Dealer in der Arena. Ein guter Monster, was man wählen kann, dann nächstes guter Monster, was man hier wählen kann, ist Rika. Die Queen of Dots, kann man sagen. Dritte Fähigkeit, dortet der richtig viel. So ein bisschen vergleichbar wie mit Sairos. Also die Fähigkeiten sind fast schon umgedreht, kann man sagen. Also zwei Flächenfähigkeiten. Und sie braucht allerdings, im Gegensatz zu Sairos, kein Qualset unbedingt, dass sie stunnen kann. Sie stunnt ja mit der zweiten. Und Rika, hier wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die man wählen kann. Dann Laika, auch ein sehr gutes Monster, was man spielen kann. Hilft euch. Kann man einen Riesen theoretisch benutzen, spielt man aber nicht wirklich mehr. Ansonsten ist es ein sehr gutes Monster, was generell eklig sein kann für späteren PvP-Bereich. Sonst noch ein gutes Monster, wenn man ihn picken sollte, aus meiner Sicht ist Chivu, 24er Speedlead, AOE-Strip. Für alle, die nicht wissen, was ein Strip ist, das sind quasi Fähigkeiten, die Buffs von Gegnern entfernen. Und in dem Fall kann er das sogar flächendeckend. Also er kann ja AOE-Strippen sozusagen, also flächendeckenden Strip, auf den Gegner bringen, was richtig gut ist. Plus, dass er eine Speedlead hat. Also das ist durchaus ein guter Pick, den man wählen kann. Es schadet nichts, den schon mal in der Monsterbox zu haben. Denn ansonsten für den PvE-Bereich, sehe ich noch irgendwas für den PvE-Bereich, vielleicht für den PvE-Bereich einen Douglas. Der kann euch später im PvP-Bereich auch sehr viel Spaß bringen, kann ich euch sagen. In RTA gibt es noch einige Videos davon, wo Douglas einfach gegnerische Teams solonen kann, wenn der Gegner das nicht checkt, wie man gegen Douglas pickt. Genau. Und ansonsten, glaube ich, vielleicht für den Ton der Prüfungen könnte man auch Kanal noch spielen, der gleichzeitig auch in der Arena-Defense durchaus ein Pick ist, den man spielen kann. Ja, aber das wäre so der Feuerbereich. Ich würde es hier mal recht kurz halten. Und dann gibt es natürlich auch viele andere gute Netfiles noch, die ich jetzt mal hier, wahrscheinlich viele davon, nicht erwähnt habe. Ja, also ich glaube, viel mehr müssen wir jetzt auch erstmal nicht sagen. Vielleicht noch Nora. Nora wäre vielleicht auch was für den Turm wieder möglicherweise. Turm der Prüfungen, Dot-Team. Plus, dass sie in Belagerungskämpfen durchaus auch mittlerweile sehr belastend ist. Wirklich sehr belastend. Wasserbereich vor allem auch für die Anfängerspieler. Ähnliches Spiel. Gut am Anfang. Natürlich, W-Rad kann man durchaus spielen. Mittlerweile auch stärker geworden. Hat eine HP-Lead. Kann natürlich Angriffsbalken reduzieren. Leute einfrieren. Und dieser Einfrieren-Effekt kann sogar dann noch quasi verlängert werden mit der zweiten Fähigkeit. Also auch durchaus ein gutes Monster, was man hier wählen kann. Ansonsten im Wasserbereich haben wir noch irgendwas, was jetzt so PvE-technisch hilft. Vielleicht Annabelle kann möglicherweise helfen. Ansonsten im PvE-Bereich vielleicht auch Poseidon, der für später auch nicht so schlecht ist, dann für die als Damage-Dealer. Kann aber im Turm der Prüfungen durch seine zwei Flächenfähigkeiten auch wieder ganz gut Impact haben. Bastet, sehr gutes Monster generell als Support. Kann aber auch ersetzt werden durch die mystische Hexe in Wasser. Zwar nicht zu 100%, aber ein wenig. Und dann haben wir noch Psamav, der zumindest für die, also ihn zu haben, bringt euch jetzt im PvE-Bereich wenig, aber für die Arena als einziger 33er Speedleader, der wirklich einen richtig guten Impact hat, also der beste 33er Speedleader für die Arena, ist schon mal nicht so schlecht, ihn zu haben. Für den PvE-Bereich würde ich dann noch zwei Monster vorschlagen aus dem Wasserbereich. Zum einen ist das Bollwerk. Bollwerk ist ein kompletter Cheatcode, wenn ihr TOA Hell spielen wollt. Da gibt es so einige Stages, wo man Schaden reflektiert bekommt und wenn ihr Bollwerk und einige Buff-Monster dazu spielt, dann ist das einfach wie Cheaten. Bollwerk ein richtig starker Monster und ansonsten für den Turm und auch für späteren Spielverlauf würde ich euch noch Amber ans Herz legen. Die kann ja, ihr habt vielleicht das ein oder andere Video schon gesehen, letztens, wo ich mal Sonja gezeigt habe und da war auch eine Amber mit dabei. Es ist komplett krank, was die Mädels machen können. Aber Amber vor allem auch noch so mit dem großen Vorteil, dass sie auch noch im Turm der Prüfung und mit ganz vielen Dots auch noch richtig viel Schaden drücken kann. Also die kann euch auch noch mal im Turm sehr weiterhelfen. Viel mehr so als Zwischending würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Also wo ihr quasi sowohl im Anfangsstadium als auch im Late Game gleichzeitig schon Hilfe habt. Ansonsten gibt es natürlich hier viele, also im Wasserbereich gibt es hier viele sehr gute Monster, die ich jetzt nicht erwähnt habe, bewusst. Unter anderem sind das sowas wie Moore, Miles, wir sehen hier, wo war sie? Manon, also der Cookie hier oder der Cookie hier oder Adriana, auch ein starkes Monster. Also gibt es sehr viele, sehr viele andere Monster, die ich jetzt unerwähnt gelassen habe, aber das war ja auch Ziel der Übung. Dann im Windbereich haben wir hier ein gutes Monster für den PvE-Content. Charlotte, später auch im PvP, durchaus nutzbar, in RTA oder auch in Belagerungskämpfen oder auch in der Arena. Also die ist sehr flexibel einsetzbar. Leo, sehr stark für die Arena. Der ist gar nicht im PvE-Bereich so richtig toll, aber für den PvP-Bereich den zu haben, kann einiges erleichtern, definitiv. Dann ein Monster, was euch im PvE-Bereich noch weiterhilft, ist Chongpung. Chongpung, richtig, richtig stark, auch im PvP später. sehr gutes Monster. Savannah ebenso, sehr gutes Monster und ansonsten würde ich einfach noch ein Monster mit reinstreuen, was richtig stark ist an sich und was wir unbedingt haben wollen, das ist Tiana. Tiana ist auch wieder ein sogenannter AOE-Stripper, die aber den Vorteil hat, dass sie garantiert die Buffs runternimmt und gleichzeitig auch noch Angriffsbalken vom Team erhöhen kann. Das ist sehr einzigartig und das gibt es quasi, ich glaube in der Form, gar nicht mehr anders in Summoners. Deswegen die zu haben ist schon nicht so schlecht und übrigens die zweite Fähigkeit kann auch richtig böllern, wenn ihr sie auf Crit-Damage spielt, dann ist Tiana auch noch gleichzeitig neben dem, dass sie AOE-Strippen kann und Angriffsbalken erhöhen, kann sie gleichzeitig auch noch die Gegner aus dem Leben scheppern. Also das ist ein sehr starkes Monster und ansonsten vielleicht auch noch Ganymede, habe ich fast vergessen, Ganymede für den Turm auch ein Cheatcode. Gerade wenn ihr Ganymede und Rika habt, also dann sollte eigentlich gar nichts mehr schief gehen im Turm, weil es quasi wie Cheaten diese Kombination und viel mehr im Windbereich würde ich jetzt gar nicht sehen, was vor allem diesen PvE-Touch hat. Ich glaube, da gibt es jetzt wieder sehr viele Monster, die sehr PvP-lastig sind, die auch gut sind, aber die jetzt im PvE-Bereich jetzt nicht unbedingt sehe. Vielleicht für die Dimensionsgebiete kann man vielleicht auch noch Fengyang benutzen, vielleicht noch Fengyang für die Dimensionsgebiete, das ist auch nicht so schlecht, oder auch Sierra für die Dimensionsgebiete, ich glaube in Lumil nicht so schlecht und die sind übrigens beide auch gleichzeitig gute PvP-Monster. In den Vier-Sterne-Bereichen, wir gehen mal jetzt in die Vier-Sterne-Bereiche, da ist glaube ich, da geht es ein bisschen schneller, wir gucken wieder natürlich möglichst auf die Monster, die euch im PvE-Bereich weiterhelfen und hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr hier Vier-Sterne-Monster aus dem Event wählt, dann vor allem in dem Maße, dass ihr keine Fusionsmonster pickt und auch keine Monster, die über Gildenshop verfügbar sind. Was heißt Gildenshop? Gildenshop sind meistens die Monster, die man hier drüber, über dieses Gebäude, in Hand von sogenannten Monsterstücken oder Pieces bekommen kann und wenn ihr so ein solcher habt, unter anderem, ich habe die gestern leider beschworen, unter anderem sind das zum Beispiel Rakshasa, die Dame hier, Rakshasas kann man leider über den Gildenshop bekommt, nicht wählen. Todesritter kann man bekommen, Kung Fu Girls kann man bekommen, Barbarenkönige kann man bekommen, Pires kann man bekommen und auch die Halloween-Kürbisse kann man aus diesem Gildenshop bekommen, die wollt ihr dort nicht wählen. Fusionsmonster kriegt ihr natürlich über das Fusionshexagramm raus, hier seht ihr unten die ganzen Vier-Sterne-Monster, also die alle hier, die wollt ihr auch nicht wählen. Also hier unten sind auch noch zwei, die wollt ihr auch alle nicht wählen, also es sind schon mal einige, die ihr nicht wählen wollt, weil ihr die einfach über diese anderen Methoden bekommen könnt und dann wäre das ja eine Verschwendung über diese Event-Ketten diese Monster zu wählen. Im Vier-Sterne-Bereich, wir gehen wieder von Feuer nach Wind, im Vier-Sterne-Bereich würde ich hier im Feuer-Bereich vor allem mich darauf konzentrieren, hier sind wahrscheinlich mehr die PvP-Pics am Start, also für später dann schon mal würde ich sagen, so Monster wie Karkano sind nicht schlecht, Monster wie Karki sind nicht schlecht, auch K-Moon ist kein schlechtes Monster für den Gehen- und Belagerungskampf, das sind so Monster, die ich hier wählen würde, vielleicht auch noch Twins, Shayna oder Maruna, entweder für Skill-Ups oder zum Selberspielen wären auch gute Varianten. Im Wasser-Bereich gehen wir mal direkt weiter, im Wasser-Bereich gibt es auch noch Monster, die man hier unbedingt wählen kann, ich glaube, das erzähle ich immer wieder recht regelmäßig, Tyron, sehr starkes Monster, vor allem auch in Kombination mit dem Spectra für den Turm, die beiden zusammen sind schon die Kontrolle selbst, kann man sagen, und dann haben wir hier noch im Wasser-Bereich die beiden Wassertwins, Sabrina und auch Talia, dass ihr darauf erst mal primär guckt, die zu haben, ich glaube, das ist schon mal nicht so verkehrt, ansonsten gibt es hier im Wasser-Bereich nicht mehr so viel, meine ich, was man jetzt unbedingt haben muss, also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so richtig viel für den Turm in Hell, durchaus auch mal interessant eine Herne zu haben, aber das ist jetzt, ja, guckt da eher auf die besagten Monster, die ich gerade schon gesagt hatte, vielleicht auch für später, für den Gilden-Content, auch ein schönes Monster, das ist auch der Sniper in Wasser, der kann übrigens ja auch Defense ignorieren auf der dritten, aber der braucht dann auch gute Ruhen. Windbereich, im Windbereich sehen wir es schon in den älteren Monstern noch ein paar mehr, wir sehen hier Luschen, die man unbedingt nehmen sollte, wir sehen hier vielleicht für die Arena Offense, sollte ihr über keinem Samath verfügen, kann man auch Chemitee spielen, Speedleader und zweite Fähigkeit macht Damage, dritte Fähigkeit, kann Schaden machen auf einen Gegner und auch vorteilhafte Effekte entfernen, sehr schönes Monster als Budget-Variante, wenn man keinen Samath hat. Ansonsten Iuno, ein Monster, was ich häufig mal gesehen habe, wenn ich über Patreon, ich helfe euch ja, ich kann euch ja über Patreon so ein bisschen oder biete ich euch ja auch so ein bisschen Hilfe an, ab und zu kommen auch Leute zu mir, die sagen, hey, kannst du mir bei Solo Raid helfen und ich habe es auch schon öfter mal gesehen, dass Leute noch keinen Iuno hatten. Der Anubis in Wind ist ein sehr schöner Monster, ein sehr, sehr schönes Monster für den Solo Raid, weil er einfach, wenn er stirbt, kommt er wieder und kann dann gleichzeitig Brandmal-Effekte, also das Mal der Hölle, das war glaube ich das Ding hier, auf den Gegner werfen und das ist was, was für den Solo Raid nicht so schlecht ist und gleichzeitig ist Iuno auch im Gehlen- und Belagerungskampf in der Defense mittlerweile gespielt und kann da auch kein schlechter Pick sein. Ansonsten im Windbereich wäre noch vielleicht eine Triana, weniger für den PvE-Bereich, aber für PvP interessant und vielleicht auch der Wind-Robo, in der RTA. Vielleicht auch noch Skogul, weil man den Recht einfach ausgehen kann als so generellen Damage-Stealer, aber das ist auch wieder eher so Belagerungskämpfe oder, ne eigentlich Belagerungskämpfe so der meist angewendetste Part, vielleicht auch für die Arena. Soweit bei den drei, bei den vier Sterne Monstern, ich glaube viel mehr ist es dann eigentlich auch schon nicht. Vielleicht solltet ihr über Leo verfügen, der, das ist Ned Pfeiffer zuvor hatten, Drachenritter in Wind, dann kann es vielleicht auch interessant sein, die Praline hier zu picken weil der gleichzeitig Angriffsbalken erhöhen kann und wenn ihr Leo dabei habt, der Null Speed hat, dann ist ja quasi jeder Angriffsbalken erhöher, sorgt ja dafür, dass euer Team dann vor dem gegnerischen Team dran ist, solange er hier schneller ist als alle anderen. Ja, das ist also schneller als der Gegner auch. Das heißt, du hast hier einen Angriffsbalken erhöher, du hast hier Angriffskraft und kritische Rate als eine Fähigkeit, also drei Buffs in einer Fähigkeit plus Leo kann auch sehr interessant sein für bestimmte Luschen-Offs beispielsweise, dass dann durch diese Fähigkeit kann man Luschen dann sozusagen auf Null Speed und 70 Crit-Rate spielen und trotzdem ganz gut Schaden und dann noch mehr Schaden rausbüllern, weil man mit Luschen einfach bestimmte Stats sparen kann. Das wäre noch so ein kleiner Nischenpick, den ich noch sehen würde, jetzt so unmittelbar. Okay, das waren die Vier-Sterne-Monster und wir gehen jetzt nochmal einmal ganz kurz in die LD-Varianten rein, in die Drei-Sterne-Monster. Hier auch nochmal der Hinweis vorneweg, wenn ihr jetzt in die Drei-Sterne-Monster reingeht, dann gibt es wieder bestimmte No-Gos, die ihr nicht wählen wollt und das sind, wir gehen mal aufs Fertigungsgebäude, wir sind hier geheimer Dungeon-Portal, im geheimen Dungeon-Portal kann man hier draufklicken und dann seht ihr hier einen Pool an Monstern, die man aus Secret Dungeons, also aus diesen geheimen Dungeons bekommen kann und vor allem die Drei-Sterne-Varianten, die ihr hier seht, wollt ihr aus dem Event nicht holen. Ja, überhaupt nicht und wenn ihr mir sagt, ja, aber ich komme immer nicht an die Secret Dungeons ran, dann kommt ihr einfach mal live bei uns im Stream vorbei, auf Twitch, jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag sind wir da immer am Livestream und da kann man auch mal freundlich vorbeikommen und fragen, hey, pass mal auf, mir fehlt da noch der ein oder andere Secret Dungeon, könnt ihr vielleicht mal für mich gemeinsam aufmachen, das machen wir regelmäßig live im Stream, ihr müsst einfach nur lieb fragen und dann mal den Kopf reinstecken in den Chat und das sollte euer Problem dann meistens schon lösen, weil das geht dann eigentlich recht zügig, dass man an die Dinger rankommt. Und dann ist es so, dass ihr sonst, ansonsten natürlich darauf achtet, dass ihr hier Monster wählt, die starke Zweiterweckungen haben. Ich mache ein paar Beispiele, Eschir, goodet Monster, Shaman, goodet Monster für Nekro, als auch im PvP-Bereich spielbar, Eschir, tolles PvP-Monster mit 115 Base Speed und einem Attackbar-Booster, also Angriffsbalken erhöher, Shran kann man spielen, muss nicht unbedingt, Linda ist noch ein Monster, was als Damage-Dealer gespielt werden kann und vielleicht noch der Prom. Und im Dunkelheitsbereich würde ich sagen, sieht es hier schon ein bisschen her dunkler aus, was die 3-Sterne-Monster angeht, da würde ich hier eher Joltan sehen, der ist noch eine Premium-Variante, die man haben möchte, vielleicht auch Thrain und unter anderem auch Gina. Gina wäre vielleicht auch noch was, was man nehmen könnte und dann kann man noch mal ganz kurz aus den nicht-zweiterweckten Monstern noch mal schauen, was man da vielleicht nehmen könnte, wo noch keine Zweiterweckung verfügbar ist. Solltet ihr den Kollegen hier verfeedet haben, aus welchen Gründen auch immer, ist das durchaus eine Variante, die man nehmen kann, Theon. Ansonsten habt ihr den ja geschenkt bekommen am Anfang und welches Monster man im Gehen- und Belagerungskampf noch spielen kann, ist der gute Tian Kin, der durchaus auch noch eine Variante ist, aber auch wieder sehr nischenlastig. So und zum Schluss aus dem Drei-Sterner-Bereich, wo ihr jetzt hier vielleicht keine Zweiterweckung wählen wollt, da könnte man maximal noch empfehlen, vielleicht sowas wie Mantura wäre eine Möglichkeit, wenn ihr den noch nicht habt, aber ist jetzt auch kein super krasses Monster mehr, also es gibt mittlerweile bessere Varianten, vielleicht auch dem Basalt, den man früher mal gespielt hat in Turm der Prüfungen, aber auch nicht so der kleiner, vielleicht Zink, dass ihr einfach noch so eine Art Buff-Block-Möglichkeit habt, wäre auch noch spielbar, ansonsten gibt es hier gar nicht mehr so viel Sachen, die man hier unbedingt haben will, tatsächlich Miho ist mittlerweile auch komplett dead, aufgrund dessen, dass es Onimushas gibt, aber es ist durchaus noch ein Counterpick, den man spielen kann, ja viel mehr, aus dem Bereich würde ich jetzt hier gar nicht so richtig sehen, muss ich ehrlich sagen, denn Drei-Sterne-Varianten sind nicht so viele dabei, ich glaube ich habe den hier mal irgendwann gesehen, den Hark-Kroa, den hat man durchaus auch mal in der RTA schon gesehen, witzigerweise, also falls euch der noch irgendwie fehlt, wäre das vielleicht eine Variante, aber ja, ich würde da vielleicht momentan mehr ins Licht-Element schauen, da hat man durchaus noch ein paar mehr Varianten und aus den Zwei-Sterne-Erweckungs-Varianten hatten wir ja gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen. In dem Sinne, ich hoffe es hat euch ein bisschen weitergeholfen, dass ihr jetzt die richtige Wahl trefft für dieses Event und vor allem nochmal den Hinweis habt, Zeit ist euer bester Verbündeter hier an der Stelle, also dass ihr euch einfach nochmal ein bisschen Zeit lasst. Ich weiß, das ist immer super tempting und man will immer sofort alle Rollen aufreißen und möglichst alle Monster, die man hat, sofort beschwören, aber ich glaube, das kann auch kontraproduktiv sein, muss nicht, aber kann und am Ende müsst ihr natürlich selber entscheiden, was ihr macht. Das waren meine Hinweise jetzt zu diesen Net 5 Beschwörungsevents. Wenn ihr selber noch ein paar Hinweise habt, die ich vielleicht jetzt vergessen habe, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück bei dem neunten Jubiläum und den ganzen Monster, die man jetzt wieder bekommen kann und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao.